Ja, hallo. Heute bei mir zu Gast, Dennis. Hallo. Hallo, André. 1976 geboren. Ich hatte mich ein bisschen vorbereitet, bevor du hier bei mir aufschlägst. Mika hatte dich empfohlen und ich habe dich angeschrieben und du hast zugestimmt und heute sitzt du hier. Ja, das war schon eine interessante Geschichte. Also ich muss dem Mika wohl auch nochmal Danke sagen, weil ich hatte morgens eigentlich nur gesehen, Mika hatte bei Instagram gepostet. Ja, hier, neuer Podcast mit mir und so. Dann habe ich nur geschrieben, ja, höre ich mir auf der Weg zur Arbeit mal an. Und er dann gleich, ja, ich sage mal Bescheid, vielleicht hast du ja auch Lust dazu oder so. Und dann ging das los. Ich habe mir deine Seite durchgelesen, also sprich auf der Webseite, da habe ich ein paar Informationen zu dir gefunden. Ich kenne das ja, Recherche über Personen oder Webseiten. Und hatte eben halt gesehen, dass du 26 Jahre lang nur wenig Berührung mit der Fotografie gehabt hast. Kannst du dazu was sagen? Ja, gut, also mein Vater hatte früher eine ganz normale Spiegelreflexkamera und damit habe ich eigentlich nie was zu tun gehabt. Früher habe ich zur Klassenfahrt mal eine kleine Kamera mitgenommen und dann war es das und ansonsten überhaupt nichts. Und ja, dann kam dieser Spontankauf in Lübeck, wo ich mit meinem Kumpel aus der Berufsschule, wir haben uns immer so alle, oder eigentlich immer nach der Berufsschule, Freitags sind wir immer zu ihm gefahren oder zu mir und haben dann immer noch mal einen schönen Tag gemacht oder so. Und dann sind wir bummeln in Lübeck gewesen, waren wir bei Schauland. Laden gibt es gar nicht mehr, aber vielleicht hast du den Namen auch schon mal gehört. Ja, kenne ich. Und da lächelte mich so eine Kamera an. Ich hatte von Kameras überhaupt keine Ahnung, aber ich dachte, der Preis klingt eigentlich ganz nett und war von Sony. Kaufst du einfach mal. Gut, dass das eigentlich ein Fehlkauf war, wusste ich da noch nicht, weil ich wusste überhaupt nicht, was ich da gekauft habe. Aber das hat ein Virus entzündet quasi. Also die Kamera hat bei mir nicht sehr lange gehalten, vielleicht, lass mal, ein halbes Jahr oder so. Und dann habe ich schon gemerkt, ich glaube, ich brauche noch eine andere. Und dann ging das relativ schnell weiter. Schauland, ihr sagt mir was, klar. Als gebürtige Kieler kenne ich das, habe ich das auch noch vor Augen. Wo war der hier in Lübeck? Der war, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie heißt der denn das? Irgendwo in Stadt? In Stadt auf der Insel, der Laden, der da jetzt drin ist, heißt Kult. Beim Herder Center in der Nähe, ganz relativ dicht beim Herder Center. Okay. Zuerst hatte ich ja, als du vorhin schon reinkamst oder als ich mich mit dir beschäftigt habe, dachte ich, du bist selbstständiger Fotograf oder so. Du bist Hobbyfotograf. Aber ich finde, warte, ich wollte, das erklärt das eigentlich, das Wort finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, weil deine Bilder sind qualitativ so hochwertig. Deswegen kennst du noch ein anderes Wort als Hobbyfotograf? Ja, gut, eigentlich muss ich schon sagen, dass ich das nebenberuflich mache. Aber ich meistens verneine ich das immer. Also irgendwie ist das bei mir krankhaft. Ich mache mich immer kleiner, als ich bin. Also ich habe auch schon mal recherchiert. Also möglicherweise leide ich am Imposter-Syndrom. Also das nennt sich auch auf Deutsch, ich habe das hier aufgeschrieben, Hochstapler-Syndrom. Also ja, ich mache mich halt immer kleiner, als ich bin, weil ich wohl immer denke, ich bin nicht gut genug oder so. Aber andere sagen immer, nee, das bist du nicht. Also ich spinne wohl scheinbar schon gut genug. Aber ja, ich habe ein Nebengewerbe für meinen YouTube-Kanal. Und also ist es denn schon auch so ein bisschen gewerblich, ne? Ja, aber es ist eben halt, ich dachte, damit verdienst du komplett deine Brötchen. Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist ja schön. Magst du sagen, was du hauptberuflich machst? Ich bin Industriemechaniker, arbeite in Trittau vor den Toren Hamburgs und wir bauen Kunststoffschweißmaschinen. Und ich bin, ja, angefangen damals als kleiner Industriemechaniker, habe mich jetzt hochgearbeitet. Jetzt haben wir CNC-Fräsen und ich baue jetzt eigentlich die Werkzeuge. Und wir bauen zum Beispiel für Medizintechnik irgendwelche Infusionsbeutel, also nur die Maschinen, die diese Beutel schweißen. Dann kann der Kunde sich die kaufen und sich da einen Beutel selber machen. Oder eben ganz groß ist die Autoindustrie bei uns für Autoteppiche. Und jetzt sage ich jetzt mal bei VW zum Beispiel, schaut mal auf der Fahrerseite unter die Fußmatte. Da seht ihr so ein Flicken drinne und das Werkzeug dafür habe ich gebaut. Ja, witzig. Weißt du, was meine erste Ausbildung war? Nö. Ja, also Industriemechaniker. Industriemechaniker, dann können wir es ja in die Hand geben. War deine Fachrichtung auch Maschinensystemtechnik? Ja, genau. Aber ja, letztendlich habe ich, also ich baue eigentlich so gut wie gar nichts zusammen. Außer die Werkzeuge, denn schon mal, aber ich bin eigentlich fast nur noch am Fräsen. Ich programmiere auch selber, also auch mit Cutcam und so, alles selber. Naja, wollen wir mal nicht zu weit abschweifen hier. Können wir. Wir haben alle Zeit der Welt. Den Spontankauf, da kann man ja schon einen Haken hintersetzen, dass du die Kamera hier gekauft hast. Aber ich hatte mich gefragt, wie bist du darauf gekommen? Also können wir doch nochmal einmal kurz, weil Lübeck ist ja auch eher so ein kleines beschauliches Städtchen, sage ich mal so. Warum zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht Hamburg? Oder wenn du sagst Spontankauf? Ja, nee, das war, das muss man mit meinem Kumpel zusammengehangen haben. Also wir waren halt in Lübeck, weil er wohnte in Rheinfeld und wir sind dann ab und zu mal zum Shoppen nach Lübeck und so. Dann gucken wir mal in ein Schaufenster rein und ja, vorher hatte ich da nicht so ein Interesse dran. Aber irgendwie lächelte mich das Ding nach so an und dann ging das halt los. Ja, dann habe ich bei dir auf der Webseite gelesen, Markenbotschafter für NSI. Wie bist du da genau zugekommen? Ja, also die Firma heißt Nisi. Ja, 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 sorry. Wie ich dazu gekommen bin, also ja, das ist auch eine längere Geschichte und früher dachte ich auch schon immer, das wäre ja eigentlich eine schöne Sache, wenn eine Firma auf einen zukommt und sagt, möchtest du für uns Markenbotschafter werden? Das ist ja auch schon so ein bisschen so eine Lobhudelei. Und ich habe früher mit den Filtern von der Firma Lee gearbeitet, das ist eine englische Firma, die hat mir meinen Trauzeuge quasi so aufgeschwatzt. Er hat damit auch fotografiert und das war damals so, dass Nonplusultra ist. Die Filter waren noch aus Kunststoff, gab nichts Besseres. Und irgendwann bin ich auf Nisi umgestiegen, auf Glasfilter und weil ich auf, das war auf Gran Canaria, da hatte ich morgens einen Sonnenaufgang vor den Griffiert, bei so einem Schluckloch. Also das ist so ein Loch, da läuft immer von unten Wasser rein und dann schäumt das hoch und so. Und da hatte ich tierische Probleme mit dem Sonnenaufgang. Mehrere Filter übereinander, dann verfärbte sich das alles und dann dachte ich, ich brauche jetzt andere Filter. Und dann habe ich mir halt welche von Nisi gekauft und die fand ich dann gut, habe mir immer mehr gekauft und dann wurde das noch einen Riesenbatzen zu Hause gehabt. Und irgendwann bin ich eigentlich nur auf der Fotokina gewesen, auf dem Nisi stand. Und da begegnete ich Chantal Lichtenberg. Das ist auch eine bekannte Landschaftsfotografin. Und die, das wusste ich damals gar nicht, war damals die Chefin von Nisi Deutschland. Die hat sich das auch so angeeignet. Früher war sie auch Markenbotschafterin, hat sich das übernommen mit einem Kollegen noch zusammen. Und mit der habe ich mich eigentlich nur da unterhalten. So ein bisschen so. Und ich habe gesagt, sie hat mir irgendwo vor kurzem eine Freundschaftsanfrage geschickt und habe ich nur gesagt, weißt du eigentlich, wer ich bin? Und sie sagt, nee. Ich sage, bin der und der. Und mir hast du gerade eine Freundschaftsanfrage geschickt. Und dann haben wir uns doch locker eine Stunde unterhalten auf der Messe. Ja, und dann war das erstmal das. Und dann irgendwann haben wir uns ein Jahr später in Zingst wieder gesehen. Und dann war sie nicht für Nisi da. Sie war für Benro, glaube ich, da. Und hat dann nur so mit mir geredet. Du, Dennis, komm mal her. Und dann, wir haben was mit dir vor. Und ich dachte, was denn? Komm, sie sagt, wir möchten dich zur Markenbotschafter machen von Nisi. Ich dachte, oh, wo war es denn? Ja, und so wurde ich zur Markenbotschafter von Nisi. Und das ist eine schöne Sache eigentlich. Das glaube ich, aber das ist ja schon so ein kleiner Ritterschlag. Wollte gerade sagen, genau. Ja, finde ich auch schon toll. Also hat schon Spaß gemacht. Du hast ja auch einen Rabattcode. Wenn man den eingibt, ich muss noch einmal kurz, Dennis minus Rabatt, kriegt man 7 Prozent, wenn man bei Nisi bestellt. Ich hatte da gelesen, das Thema ist ja so ein bisschen, wenn man ein bisschen kommerzieller wird, sage ich mal so. Man hat es ja auch geschrieben, dass es vielleicht manchen irgendwo ausstoßen könnte. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil man steckt ja auch sehr viel Geld in die ganze Materie eben halt rein. Warum nicht auch ein bisschen Geld verdienen? Ja, natürlich. Also ich verdiene ja auch ein bisschen Geld. Also das lässt sich eigentlich nicht vermeiden. Wenn man YouTube macht oder so, dann hast du irgendwann Werbeeinnahmen. Das ist ganz normal. Und wer jetzt vielleicht mal Interesse hat oder so, also mein aktuelles Video, das von St. Peter Ording, steht im Moment gerade Werbeeinnahmen bei 47 Euro. Und so im Monat habe ich dann so ungefähr mal so um die 100 Euro. Mal mehr, mal weniger. Je nachdem, wie viel ich gerade so raushaue an Videos. Es kann auch mal richtig doll sein. Also ich hatte mal ein Video, da bin ich bei über fast 300 Euro gewesen. Nur für ein Video. In welcher Zeit? Das ist jetzt ein paar, ein, zwei Jahre her. Das war so ein Video. Das ist, glaube ich, auch mein höchstes Video. Das Video heißt L-Winkel und wie verrückt man damit fotografieren kann. 47.000 Aufrufen. Das habe ich so nebenbei gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, ach, du mach mal wieder irgendwas, damit du mal was hast. Einfach so aus Bock und so gar nicht großartig viel Aufwand. Das war in einer halben Stunde fertig gefilmt quasi. Und dann, dass das so einschlägt, das hätte ich nicht gedacht. Und das war auch so ein Gedanke. Da dachte ich, jetzt habe ich mit dem Video knapp 300 und noch ein anderes Video, da hatte ich 400 Euro im Monat. Ich dachte, oh, wenn das jetzt dauerhaft so weitergeht, dann gehe ich zu meinem Chef und sage, ich komme Freitag nicht mehr. Also Freitags, dass ich nur noch Montag bis Donnerstag arbeite. Aber relativ schnell ging die Kurve wieder runter. Also das ist jetzt nicht so, dass man hochkommt und sagt, ja, jetzt habe ich es geschafft. Das geht genauso schnell wieder runter. Also man muss sich immer neu behaupten. Das ist auch so eine blöde Sache. Das stimmt. Und ich habe auch von vielen anderen gelesen, dass auch wieder YouTube da so ein bisschen runterreguliert hat. Die schrauben dermaßen häufig am Algorithmus. Ja. Man glaubt, man hat es endlich geschafft. Nächste Woche, alles ist wieder anders. Ja. Ich hatte ja Holger Krüger auch irgendwie verbandelt mit dem. Oder kennst du den? Nee. Den hatte ich ja vor Mika zu Gast. Und er fotografiert, ist so von Canon auf Nikon umgeschwungen. Und man sagte ja, in der Vergangenheit hat er auch Filter eingesetzt. Heutzutage haben die Kameras so einen hohen Dynamikumfang, braucht er Filter nicht mehr. Du bist ja Filter. Kannst du da was zu sagen, ob man jetzt Filter oder nicht? Natürlich kann ich da was zu sagen. Und er hat zum Teil recht. Also man kann mittlerweile ganz gut auf den Verlauffilter verzichten. Man kann natürlich auf die Himmel belichten und aus dem Vordergrund, aus dem Boden, aus dem Tiefen was rausholen. Aber je mehr man rausholt, desto mehr siehst du natürlich auch, dass da Rauschen drin ist. Gut, wenn das jetzt nur Sand ist, dann fällt das Rauschen eh kaum auf. Aber bei einer glatten Fläche sieht das natürlich ganz anders aus. Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, wenn man anständig direkt vor Ort belichtet, das muss man ja gar nicht so extrem kompliziert machen. Einfach nur, wenn das reicht, einen Softwarelauf schon rauf, dann hat man schon viel geschafft. Deswegen nutze ich das ja auch immer. Ich gucke mir das Histogramm an und wenn ich das sehe, ja, das passt schon fast. Noch einmal einen kleinen Softwarelauf rauf, dass ich das Histogramm ein bisschen quetsche, dann passt das auch. Ah, okay. In deiner Ausrüstung, du hast ja auf deiner Webseite angegeben, so Fotoausrüstung. Und da hatte ich das Objektiv gesehen, das 1435 F4. Ja, ich habe ja so, sage ich mal, ist ja auch RF-Bajonett, ich habe das 1535 2.8 und ich bemängele, wie auch viele meiner Kollegen, dass das sehr viele Lensflares hat. Kannst du zum Vierer dazu was sagen? Also, da habe ich noch nie Lensflair gesehen. Okay. Dafür hat es aber andere Probleme. Ja. Und zwar das Objektiv, das habe ich ja jetzt hier vorne auch drauf und ich habe, wenn du hier siehst, ich habe es vorne schon ein bisschen behandelt. Und hier vorne habe ich so einen Samt draufgeklebt. Ja. Und da ich natürlich viel mit Filtern fotografiere, kann das immer sein, dass du auf einer Glasscheibe spiegelt sich dieser Ring, spiegelt sich in dem Filter und wieder zurück. Und dann hast du natürlich richtig solche Donuts im Bild. Und das habe ich mittlerweile damit schon ein bisschen rausbekommen, aber es reicht immer noch nicht. Also, ich habe das Gefühl, dass selbst die Innereien von dem Objektiv sich spiegeln in dem Filter. Und da habe ich das zum Beispiel, das war mein erstes Video mit der neuen A6400, was ich da gefilmt habe, wo ich in Niendorf auf der Seebrücke war. Da habe ich ja unten immer diese Planken gehabt. Und da habe ich regelmäßig diese Ringe drin gehabt und da musste ich richtig viel basteln. Und ja, da habe ich gemerkt, gut, später ist mir aufgefallen, wenn ich, also es ist häufig so, wenn du richtig hartes Gegenlicht hast. Wenn die Sonne irgendwo gerade so im Bild ist oder so oder ein Riesenunterschied im Himmel und im Vordergrund, dann tritt das häufig auf. Aber wenn ich jetzt über 24 Millimeter komme, nehme ich gleich das 24 bis 105. Das hat diesen Fehler nämlich nicht. Okay. Ja, YouTube haben wir schon angesprochen. Dein erstes Video ist von 2010 und danach habe ich mir noch weitere angesehen. Da ist ja unter mit bei, dieses mit den 47.000 mit dem L-Winkel. Und sechs Jahre später hast du dann jetzt angefangen, auch B-Rolls und so weiter anzubauen. Wie gehst du da vor? Also du hast ja wirklich, das ist ja, wer es nicht kennt, das ist eben halt B-Rolls. Das sind eben halt kurze Einspieler zu dem Video an sich, damit man sich das besser noch eben halt vorstellen kann. Wie gehst du da jetzt vor? Hast du da irgendwie ein Skript, was du dir schreibst, wo du denn weißt, du musst da B-Rolls einbauen? Nee, überhaupt nicht. Also das ist so, das wird alles so gefilmt, wie ich da vor Ort gerade bin. Und je nachdem, wie viel ich Zeit habe, desto mehr B-Roll kann ich natürlich auch machen. Also angenommen, hier das letzte Video, Sandpäde-Ording, viele Spaziergänger im Hintergrund oder so. Da habe ich die Ruhe weggehabt. Mir lief die Sonne nicht weg, weil es war kein Sonnenuntergang in Sicht. Also normalerweise, wenn ich jetzt nur Sonnenauf- oder Untergang fotografiere, sind die fünf Minuten Ruhm. Das ist das, weswegen ich da bin. Und alles andere ist eigentlich nur Beiwerk. Und da geht es eigentlich nur ums Einrichten und noch hier und da. Da habe ich oftmals gar nicht so viel Zeit. Aber da hatte ich jetzt zwei Stunden Zeit. Der Himmel war immer das Gleiche. Also jeder Mensch, der da vorbeigelaufen ist, der wurde dann quasi mitgefilmt oder so. Und ja, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, desto mehr baue ich da halt ein. Ja, aber du hast ja auch dann immer mal irgendwo die Kamera positioniert und du läufst eben halt dran vorbei oder sowas. Da hast du ja auch sehr viel Material. Das mache ich natürlich immer. Und wenn man so sieht, also da habe ich über eine Stunde zusammengefilmt und letztendlich war es etwas über eine Stunde, eine halbe Stunde Video. Ja, man schneidet viel raus, weil man einfach nur von der Kamera hinläuft und der zurückläuft. Und wenn du das ganze Material hast, wie lange hängst du da jetzt so zeitlich am Schnitt? Also das ist auch unterschiedlich. Also es gibt Videos, die sind wahnsinnig schnell. Die schneiden sich von alleine quasi. Der Rekord ist quasi das Video mit meinem Gewitter, Fotografie. Das wollte ich auch unbedingt schnell fertig haben, weil das so ein brandaktuelles Ergebnis war. Ich bin quasi abends nach Hause gekommen und habe das, glaube ich, durch die Nacht schnell fertig gemacht. Und das war am nächsten Morgen war es fertig. Und jetzt das St. Peter-Ording-Video ging auch recht schnell. Das habe ich Freitag gefilmt, Sonntag war es fertig. Sagen wir mal so 15 Stunden Schnitt oder so. Trotzdem ist es viel. Und es gibt manchmal Videos, da denkst du, ich komme damit nicht zurecht. Es fehlt was oder irgendwas ist blöd. Und dann schiebst du das vor dir her und brauchst über eine Woche dafür. Immer mal wieder. Und dann, nee, doch nicht. Und auch mit den Bildern klappte das ja auch ganz gut, weil die Bilder passten alle perfekt dazu. Und das ging wunderbar schnell. Ja, aber es gibt Videos, da brauche ich eine Woche für. Ja, das ist immer das, was viele so unterschätzen. Die sehen jetzt irgendwie so ein Video, was irgendwie so 20, 30 Minuten geht überhaupt. Da hat er ja nicht lange dran gehangen. Aber wie du gerade schon sagtest, 15 Stunden für ein Video. Ja, und dann geht es eben los mit der Musik, dass das alles passt. Und das Color-Grading darf man nicht vergessen. Also die Farbabstimmung in dem Video. Mittlerweile mache ich mir das auch ein bisschen einfacher. Früher, also wer sich damit auskennt, ich filme ja in einem Log-Profil. Das ist ein relativ flaches, flaues Profil, da ist kaum Farbe drin. Also wenn man das erstmal so sieht, dann denkst du, da hast du ein Schwarz-Weiß-Video gemacht. Und dann wird das gegradet. Und ja, mittlerweile mache ich das eigentlich nur noch so grob. Und wenn ich jetzt irgendwie so einen Look da drauf mache, dann ziehe ich mir eigentlich nur noch über die komplette Spur, mache ich mir so eine Korrektur rüber. Und dann kann ich das ganze Video einfach nur graden, ohne dass ich jedes Mal einmal graden und kopieren und kopieren und zum nächsten und so. Das geht auch viel schneller. Du hattest es gerade auch schon angesprochen, das Gewitter-Fotografie-Bild bei dir auf der Seite. Und das ist von 2019. Und da hast du ja die Grenze 2000 Follower geknackt. Was hat das mit dir gemacht, also als du da diese 2000 überschritten hast? Das war auch ein harter Kampf. Also ich muss sagen, dieses Video hat eigentlich meinen Kanal gerettet. Weil ich hatte ja die ganze Zeit immer probiert, diesen Kanal zum Wachsen zu kriegen. Und es klappte nicht. Es klappte einfach nicht. Gut, früher habe ich gar nichts gemacht. Da hatte ich irgendwie 57 Abonnenten über mehrere Jahre. Und dann irgendwann fängt man an, dann wurde es ein bisschen mehr. Und dann irgendwie so bei 1600. Und dann stoppte das einfach. Es ging einfach nicht mehr weiter. Und dann habe ich auf einmal dieses Gewitter-Video gemacht. Und das ging hoch. Das ging rapide hoch. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Dieses Video hat mir 820 Abonnenten gebracht. Bis heute. Aber die meisten schon relativ am Anfang. Da merkt man schon, ja, jetzt habe ich es geschafft. Aber hast du genauso Videos. Und dann hatte ich zum Beispiel später jetzt vor einem Jahr auch so eine Verzweiflung, so eine Durststrecke. Egal, was ich hochgeladen habe, ich habe immer Abonnenten verloren. Das ist auch deprimierend. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, jetzt habe ich allmählich diese Kurve wieder geknackt. Das ging sehr hoch. Ich lade zwar ein Video hoch, drei Abonnenten verliere ich, aber 50 kommen dazu. Gut, da kann ich damit leben. Das ist, ja, deprimierend auf jeden Fall. Ich habe gesehen bei, ja, die Videos, die ich mir angesehen habe, da sind ja auch sehr viele Kommentare. Deine Community ist eifrig dabei. Und du kommentierst jeden einzelnen Kommentar. Mit der Zunahme an Followern, ist das nachher in Relation? Kommst du nachher noch zeitlich hinterher? Ja, doch, also das geht, also es ist ja nicht häufig so, dass ich da riesen Sätze schreibe. Einfach nur mal einen vielen Dank oder so. Natürlich, wenn jetzt jemand mal einen Kommentar hat, weil er eine Frage hat oder irgendwie eine Meinung oder so, dann setze ich mich damit auch schon mehr auseinander. Aber ein Danke oder zumindest ein Herzchen gibt es eigentlich immer, weil ich finde, das ist schon fair. Die Leute haben was geschrieben. Zumindest das Danke soll es geben. Und außerdem bringt es ja diesen YouTube-Algorithmus wieder ein bisschen in Gange, weil da merken sie, oh, da tut sich was, da kommentieren viele. Dann kann das eigentlich nur helfen, dass das Video ein bisschen hochkommt wieder. Sanpeter Oding, hattest du auch kurz angesprochen, das Video. Habe ich ja auch schon gesagt, wir hatten ja kurz im Vorgespräch, du findest Hans Zimmer auch gut und deine Musik bei der Wahl erinnert mich immer so ein bisschen in die Richtung daran. Also ich fand auch generell, der ganze Schnitt mit der Musik fand ich schon episch. Und du hast es auch heute mitgebracht, das Stativ, weil ich habe es auch in der Makrofotografie, setze ich auch ein Kugelstativ ein, also Kugelkopf, habe aber manchmal das Problem, wahrscheinlich habe ich einen falschen Kugelkopf, dass er dann anfängt, sich minimal zu neigen. Aber du schüttelst den Kopf. Nee, das kann ich nicht bestätigen. Ja, es gibt sicherlich schon Köpfe, die solche Probleme haben. Also ich habe das zum Beispiel früher auch gehabt bei, oder ich hatte einen Kopf von, na, wie hieß es, ganz bekannte Firma. Manfrotto? Nee, die andere italienische Firma, ganz bekannt. Und geht so. Okay. Geht so. Und die haben dann mit diesem Kopf beworben, dass der zum Beispiel nicht diesen Slip-Effekt hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du hast das eingerichtet, ziehst fest, auf einmal geht die Kamera wieder sonst wohin. Also das hatte mein erster Kopf schon mal gar nicht und auch der jetzige eigentlich nicht. Und also weder beim Anziehen merke ich nicht, dass da irgendwas sich großartig verändert. Sagen wir mal so, im Hundertstelbereich ist das sicherlich überall so. Aber sonst merke ich eigentlich gar nichts. Und es sackt auch nicht ab. Aber ich habe auch nicht solche Tüten da draußen. Ja, okay, das Makroobjektive ist ja jetzt auch nicht so schwer, aber da ist mir auch eben halt aufgefallen. Deswegen habe ich ja meistens irgendwie, ich weiß gar nicht, die Schwenkköpfe, ich weiß nicht, den Namen davon. Genau, die setze ich ein. Ich gucke gerade immer nebenher so ein bisschen auf die Uhr, aber da sind wir noch gut davor. Kommen wir nochmal. Du bist über deinen Schatten gesprungen. Da bin ich auch kurz ins Stocken gekommen. Hä, was über Schatten gesprungen? Ich habe mir das Video angeguckt und so weiter. Was meint er denn jetzt? Aber ich habe es in der Beschreibung gefunden. Magst du dazu was sagen? Ja, also ich leide irgendwie so an einem Problem, dass ich nicht filmen kann, wenn jemand dabei ist. Also das Problem habe ich aber nicht alleine. Zum Beispiel, also ein ganz bekannter englischer YouTuber, den ich auch sehr schätze, das ist der Thomas Heaton. Also der hat einen sehr großen Kanal. Ich weiß nicht, so um die 500.000 Abonnenten, glaube ich jetzt. Also selbst wenn es 400 sind oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Und er sagt das auch immer wieder, dass er ein Video abgebrochen hat, weil da Leute gekommen sind. Und ja, das habe ich halt auch häufig oder so. Und wir waren da in Grömitz. Ich glaube, haben wir da in Grömitz angefangen? Bin jetzt nicht so ganz sicher. Aber irgendwann in der Ostsee. Wir haben mehrere Locations abgearbeitet. Und da dachte ich, fang doch an. Ach nee, das war in Kellenhusen. Fang doch einfach mal an, weil meine drei Kollegen, die waren gerade 100 Meter weiter weg. Und da hatte ich meine Ruhe, habe einfach mal angefangen. Und irgendwann kamen sie dann wieder zurück. Und dann hat auch schon jemand gefragt, filmst du gerade? Ich sage, ja, lass dich nicht stören, mach mal weiter. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Und dann, das Gute war wahrscheinlich, ich konnte ungestört anfangen. Und dann war es erstmal in dem Floh drinne und dann ging das weiter. Ja, ich weiß nicht, ob man da irgendwie mal was therapieren kann oder so. Vielleicht klappt das irgendwann nochmal. Also beim letzten Mal meine Kernschmelze in St. Peter-Ording, da habe ich es ja auch hingekriegt. Aber ich musste mich immer überwinden. Ich weiß aber genau, was du meinst. Also ich habe die anfänglichen Videos auch mit dem Videografen zusammen gemacht. Und ich habe irgendwie eine Sprechblockade gehabt, wenn er die Kamera gehalten hat. Also wenn ich alleine bin, geht es? Aber ich weiß genau. Das ist irgendwie komisch. Also das ist wahrscheinlich unsere Generation. Also die jüngere Generation, die ja sowieso mit TikTok und aufgewachsen ist, die laufen sowieso die ganze Zeit so rum. Für die ist das normal. Aber wir kommen uns wahrscheinlich wie ein Affel vor, wenn wir da stehen und uns selber filmen oder so. Ja, das kann es sein. Wahrscheinlich würde es aber funktionieren, wenn hinter der Kamera ein halbes Filmteam stehen würde oder so. Dann wäre das so ein bisschen, ist die Last mehr so aufgeteilt auf mehrere Leute. Ja, aber hier klappt es ja auch in dem Sinne wunderbare Interaktionen. In deinen Beschreibungen führst du ja auch auf, du nutzt Epidemic Sound. Wie bist du darauf gekommen? Ja, auch über verschiedene YouTuber. Also auch wieder zumindest der Thomas Heaton aus England, weil der benutzt diese Musik sehr, sehr häufig oder eigentlich immer. Und eigentlich diese Musik, die fiel mir eigentlich auch mal sehr gut. Und habe mir auch viele von diesen Stücken runtergeladen. Also ich erkläre das mal ganz kurz. Epidemic Sound, das ist quasi so ein Musikportal, da meldet man sich an. Man hat eine Monatsgebühr, die aktuell jetzt ein bisschen gestiegen ist auf 13 Euro, glaube ich. Oder war sie? Ist auch egal. So in den Dreh halt. Und ich gebe dann an, was für einen YouTube-Kanal ich habe. Also Adresse, damit sie immer nachvollziehen können, wo ich denn meine Musik hochlade, damit sie auch checken können. Ja, er lädt die Musik wirklich auf dem Kanal hoch. Damit es da keine Probleme gibt. Und da habe ich mir halt so einige Stücke runtergeladen. Und das Gute ist, also man muss nicht immer alles selber suchen. Weil es gibt ja mittlerweile so tolle Handy-Apps, die, ich glaube, war das Shazam? Weil wenn zum Beispiel Thomas Heaton hat ein Lied, der gefällt mir, ich mache Shazam an, lasse es mitlaufen. Er sagt mir sofort, welches Lied das ist. Und das finde ich bei Epidemic Sound, das ist total klasse. Also habe ich mir dann auch einige von seinen Liedern runtergeladen. Ich benutze natürlich nicht immer alle, aber auch einige andere. Also mittlerweile habe ich so ungefähr 250 Musikstücke, die ich direkt auf dem Rechner habe. Da muss ich sie nicht immer runterladen. Und ja, je nach Gefühlslage, je nachdem, wie die Stimmung in dem Video ist, kommt halt dieses oder jenes Video. Und die Musik passt. Das heißt, du suchst nicht immer explizit für jedes einzelne Video eine passende Musik aus, sondern nimmst schon vorhandene Musik. Ja, ich habe mir mittlerweile so, es sammelt sich immer wieder was an. Und ab und zu mache ich mir mal so einen Nachmittag, wo ich bei Epidemic Sound mal reingehe, mal gucke, was gibt es Neues. Und das Gute ist, die erkennen auch so ein bisschen, du hast dir das runtergeladen und das könnte dir auch gefallen. Hörst du an? Ja, passt. Nimm ich mir auch runter. Und so sammelt sich immer was weiter an. Und natürlich nimmt man mal Musik, die so ein bisschen passt. Also, sag mal, so würde ich jetzt zum Beispiel irgendwo in einer Wüste machen, wo jetzt das Salzkraut durch die Gegend weht, würde ich dann wahrscheinlich so ein bisschen Kantvie-Musik da reinmachen. Die müsste ich mir dann allerdings erstmal runterladen oder so. Aber es gibt nichts, was es da nicht gibt. Also, alles da. Selbst mit Gesang. Ja, das stimmt. Ich brauche da immer echt lange, weil ich mache immer für jedes Video, wenn ich da irgendwie doch mal eine Hintergrundmusik einspiele, lange. Dann mache ich das schon so mit den BPM, dass ich die dann runter mache, weil die nicht zu viel haben sollten und in welche Richtung und so weiter. Suche ich schon manchmal sehr lange. Ja, das geht mittlerweile relativ schnell, weil, also ich habe ja, aus der Grund ist, warum ich es runtergeladen habe, alles ist, ich habe dann meinen Ordner. Ja, und in Final Cut, mein Schnittprogramm, importiere ich die alle. Und dann, wenn ich jetzt sehe, da muss Musik hin, dann so klicke ich erstmal durch, höre es mir an. Ja, das passt, ziehe ich mir mal hin an die Stelle, wo es hin muss. Ja, das passt ungefähr. Und dann wird das nochmal hin und her geschoben und so mit den Schnitten. Also, es gibt ja oftmals so, ich schneide nicht immer alles nach dem Takt oder so. Aber es gibt manchmal so beim Intro oder so bestimmte Stellen, wo das so auffällig ist, dass man doch mal auf den Takt schneiden muss. Und dann schiebe ich da dann auch mal hin und her. Kommen wir nochmal zu den Filtern. Ich habe mir vor zwei Jahren oder so, ich weiß nicht, ob ich jetzt, Haida, kennst du wahrscheinlich auch, so dermaßen viele Filter geholt. Die ganze Fotokiste ist voll. Ich bin, die liegen noch original verpackt da. Aber seit ich jetzt weiß, ich habe das Interview mit dir und du mit Filter und so weiter, hast du mich nochmal angefixt, mit den Filtern loszugehen. Hast du irgendwie einen Tipp für mich, worauf ich achten sollte, wenn ich als Filter-Neuling, sage ich mal so? Ja, es ist schwierig, da reinzukommen. Also, man muss sich da wirklich mit dieser Thematik unwahrscheinlich ein bisschen beschäftigen. Und ja, ich habe keine goldene Regel oder so. Einfach probieren und mal gucken, was machen andere. Und was ich noch ein bisschen empfehlen kann auf meiner Webseite, zumindest wenn es jetzt ums Kaufen geht, also auf meiner Webseite in meinen Blogartikeln, habe ich einen Blogartikel hinterlegt, so eine kleine Kaufberatung. Weil man wird erschlagen von den ganzen Filtern, die es ja gibt. Und welche bräuchte ich denn zuerst? Und nicht immer gleich erstmal alle kaufen, weil da wird man arm. So ein Filter kostet ja auch schon mal, so gerade so ein Verlauffilter auch mal so 150 Euro. Und da reicht das oftmals, wenn du mit drei oder vier anfängst. Je nachdem, wo du hin möchtest. Also, möchte ich jetzt in den Bergen fotografieren, brauchst du andere Filter, als wenn du einfach nur an der Nordsee bist. Ja, ich hatte noch auch ein Video bei dir gesehen, da hast du jetzt eine App eingesetzt, ND-Calc 2. Würdest du die als einen Anfänger auch empfehlen? Also, die ist schon sinnvoll für Langzeitbelichtung. Also, die sagt einem ja nur, wenn ich jetzt einen ND-Filter, also ein ND-Filter ist ja quasi wie eine Sonnenbrille für die Kamera. Die sorgt dafür, dass weniger Licht durchfällt. Und bei schwachen Filtern brauchst du gar keine App. Da machst du einfach einen Filter rauf. Du sagst, ich möchte das mal acht Sekunden lang belichten. Machst den Filter rauf und stellst deine Zeit so ein und ISO und Blende so, dass die Bildschätzung passt. Dann geht das schon. Wenn du jetzt aber stärkere Filter hast, so mal tausendfach oder noch stärker, 64.000-fach, das kannst du nicht raufpappen vorne und durchgucken. Das schafft die Kamera nicht. Und da brauchst du dann wirklich eine App, die dir dann sagt, du hast vorher, sagen wir mal, eine Zehntel Sekunde gehabt oder eine Hundertstel ohne Filter. Und du sagst, ich schraube mir jetzt diesen Filter rauf. Wie lange muss ich denn belichten? Und das sagt dir die App dann. Es gibt viele Apps, die das können. Also da gibt es Sand am Meer. Allerdings, ND-Kalk ist eine ganz besondere. Da kann man die Filter nämlich noch ein bisschen korrigieren. Weil ein Filter ist nicht immer gleich Filter. Es steht jetzt in der App drin, der soll tausendfach haben, hat aber nur 950. Und schon driftet das alles so auseinander. Dann werden ja auf einmal deine Bilder zu hell oder zu dunkel, je nachdem, in welche Richtung der abdriftet. Und ja, die App ist leider schon einige Jahre nicht mehr aktualisiert worden. Ich habe den Herrn schon mal angeschrieben, dass es zum Beispiel der Programmierer, der heißt Boris Nienke. Und der ist nämlich auch von dem Happy Shooting Podcast. Also sollte man schon mal gehört haben vielleicht. Und ich habe ihn gefragt, gibt es da dann vielleicht mal ein Update? Weil die ist schon seit sieben Jahren nicht mehr abgedatet worden. Zumindest mal irgendwie so mal neues Aussehen. Die Funktion ist ja immer noch gut. Er sagt, er kann er nicht. Er hat die Programmierungsumgebung gar nicht mehr. Also wenn, dann müsste er wohl mal komplett von neu anfangen. Ich weiß nicht, ob er das irgendwann mal macht. Ja. Als Neuling wahrscheinlich wirst du es belächeln, aber vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen. Ich habe immer gedacht, auf einigen Aufnahmen, auch um Kellinghusen hatte ich das gesehen. Wenn du den Filter hattest, der war nicht parallel zum Horizont. Den hattest du ein bisschen gedreht. Ja. Ich habe jetzt mit meiner Denke, wenn ich jetzt den Verlauf habe und den ein bisschen drehe, ist das nicht so mit dem Horizont selbst, dass dann vielleicht eine Ecke mehr Licht bekommt, dass der Horizont dann nicht mehr stimmt? Da muss ich mal ganz kurz was auspacken. Entschuldigung. Kein Problem. Und zwar, es gibt ja natürlich verschiedene Filter, die verzeihen zum Beispiel, jetzt hole ich mal, ja das ist ja ein Hartfilter. Und wenn man den auf dem Horizont schief legt, klar, das verzeiht dir das Bild nicht. Da sieht man sofort, auf einer Seite hast du auf einmal ein Lichtleck quasi und auf der anderen Seite wird der Horizont zu dunkel. Und ein Softfilter zum Beispiel, das ist so einer hier, 09 Soft, der ist ja ganz weich, der merkt das gar nicht, wenn er so mal ein bisschen schief ist. Und die Absicht dahinter liegt allerdings zum Beispiel, dass ich den Filter schief einbaue. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Sonne direkt im Bild, genau in der Mitte wäre, würde ich den, gerade diesen Filter auch gerade einbauen, kommt sie aber sehr vom Bildrand. Sagen wir mal, ich habe jetzt ein rechteckig aufgebautes Bild, also ganz normal horizontal und die Sonne ist wirklich so am Bildrand. Dann würde ich den Filter teilweise doch so von der Seite reinstecken. Ja klar, wegen dem Verlauf, ja. Weil das Licht kommt ja aus der Richtung und das macht schon Sinn. Also das muss man aber eben mal ausprobieren. Das geht mit so einem Filter, aber mit dem Harten geht das natürlich nicht. Okay, gut, ja das ist, da habe ich mich schon gedacht, warum, klar, gar kein Problem. Du gibst ja, du wirst wahrscheinlich auch, Wiesner, Jaworski und wie sie alle heißen und so weiter, Rickert, bezüglich Werbungskennzeichnung, weil wir jetzt ja auch hier im Video oder besser gesagt in dem Podcast nennen wir Namen. Wie stehst du zur Werbungskennzeichnung? Also Werbung in meinen Videos kennzeichne ich, wenn ich wirklich bewusst irgendwas in meinem Video bewerbe. Also Werbung bezeichne oder kennzeichne ich in meinem Video immer ganz bewusst, wenn ich etwas zeige. Sagen wir mal so, hier, ich habe hier den neuesten Filter oder so oder ich habe eine neue Kamera gekauft, dann würde ich es vorsichtshalber machen. Aber wenn ich ganz normal rumrenne und einfach nur fotografiere, nichts Besonderes zeige, ganz normal meine Ausrüstung, die ist zwar da zu sehen, aber es wird nichts besonders hervorgehoben, dann markiere ich das auch nicht als Werbung. Naja, wenn wir so ein heiß diskutiertes Eisen. Also ich weiß, vor ein, zwei Jahren oder so, da war das schlimm, also da ging das los. Da war das am besten, wenn du alles, egal was, immer als Werbung kennzeichnen, das mache ich eigentlich nicht. Durch die langen Belichtungszeiten, eigentlich übrigt sich das ja, einen Fernauslöser zu nutzen, wenn du da unendlich lange belichtest. Wann kommt bei dir nochmal ein Fernauslöser, weil du hattest in einem Video, da hattest du ihn auf der Bank, nee, du hattest ihn irgendwo vergessen und er wurde dann auf eine Bank hinterlegt und hat sich gefreut, dass der Fernauslöser noch da war. Wann kommt bei dir noch ein Fernauslöser zum Einsatz? Also mittlerweile sehr selten, also wenn ich jetzt lange Belichtungen mache, dann gar nicht mehr, weil ich habe einen Fernauslöser, den kannst du programmieren, also der kann ich nur auslösen, du kannst auch sagen, mach fünf Minuten Bild oder so. Und das war damals bei der 5D Mark IV, da musstest du das über diesen Fernauslöser machen, aber die R5, die hat so einen Timer mittlerweile eingebaut. Wenn ich jetzt fünf Minuten belichten will, mache ich das rein, bumms, fertig. Oder wenn ich selbst ganz normal, eine ganz normale Belichtung, sagen wir mal so, ich bin jetzt abends in Hamburg oder in Lübeck und mache da vom Holstentor ein Bild, zwei Sekunden Timer über die Kamera, fertig. Den Fernauslöser würde ich jetzt eigentlich nur noch benutzen, wenn ich zum Beispiel, wie es in meinem vorletzten Video, wo es um Wellen ging, wo ich jetzt gesagt habe, die Welle muss jetzt genau so kommen und jetzt auslösen. Wenn ich auf die Kamera drücke, dann verwackelt die Kamera wieder dabei oder ich habe einen Zwei-Sekunden-Timer drin, dann ist das alles wieder weg. Gibt es Fotografen, du hattest ja schon, glaube ich, einen genannt, den aus England, die dich jetzt besonders inspirieren in deiner Arbeit? Also einen ganz besonderen Fotografen ist ein Amerikaner, der kommt von der Westküste, ich glaube aus Oregon. Und das ist der Nick Page. Und das ist wirklich, also das ist ein, ich würde mal sagen, das ist ein Tier. Also erstmal ist er schon ein bisschen fundiger, aber es ist ein Teufelskerl. Also er macht richtig klasse Bilder. Und ja, den finde ich wirklich toll. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, also was ich von, meine Follower bei YouTube wissen das, dass ich den wirklich toll finde, dass das ein Vorbild für mich ist. Und unter einigen Videos haben einige schon bei mir geschrieben, du bist für mich der deutsche Nick Page. Und das fand ich natürlich richtig toll. Also natürlich, was macht das mit mir? Ich finde es toll, aber ich fühle mich jetzt noch nicht so. Also der ist wirklich klasse, den mag ich eben, den Thomas Heaton, der macht zum Beispiel auch richtig klasse B-Roll. Also wenn du dir seine Videos anguckst, das ist schon immer ein bisschen doll. Er hat immer so ein, was war das, ist das ein Mitsubishi-Camper-Van, so umgebaut. Und alleine, wenn der auf ein paar Platz fährt, also mehrere Szenen von außen nochmal beim Einparken, also da hätte ich schon manchmal gar keine Lust zu. Diverse Kameraperspektiven im Auto und so. Alter Schwede, der macht sich echt die Mühe. Und eben noch einen ganz tollen finde ich eben, das ist der Gavin Hardcastle, also AK Photochipper, das ist ein Kanadier. Oder ursprünglich kommt aus Schottland, wohnt in Kanada mittlerweile. Und der macht das Ganze so richtig lustig. Also er hat damals mal angefangen, da tauchte auf einmal eine Frau in seinen Videos auf. Und das war, das wusste keiner, das war seine Freundin. Und die hat er immer als Stalkerin eingebaut. Und das war immer richtig witzig. Die hat sich dann irgendwo reingeschlichen und so auf einmal war sie bei ihm im Haus und all so ein Kram. Mittlerweile sind sie verheiratet. Aber trotzdem, das ist richtig lustig. Also es ist ein Abenteuer, seinen Kanal zu gucken. Also auch fotografisch ist er ganz normal, nicht abgehoben. Nichts Besonderes, manchmal denke ich, da kriege ich auch hin. Aber eben seine Comedy, die macht das. Aber meinst du nicht jetzt mit den ganzen B-Rolls von dem einen Fotografen, den du gerade genannt hast? Manche haben ja nachher auch schon ein Team dahinter, der Nahrungs-Schnitt und so weiter anbelangt. Das macht er alleine. Boah, okay. Also das ist wunderschön, weil er ist auch alleine unterwegs. Sag mal so, drei von den beiden, also es gab mal so eine witzige Geschichte, es fehlt noch ein Vierter. Das ist der Adam Gibbs, der kommt auch aus Kanada. Und die haben mal so einen Roadtrip gemacht. Die haben sich einen alten Wohnwagen geholt, den nannten sie Murderbox. Und da haben sie angeblich drinnen geschlafen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so war. Und diese vier sind durch Amerika gezogen, haben da ein richtig geiles Kaufvideo draus. Das habe ich mir mal gekauft und das war Comedy pur. Also alleine sowas selbst zu erleben, da hätte ich auch mal Lust drauf. Wir haben ja eine Kamera auf dem Tisch liegen. Wenn du jetzt bei Wünsch dir was wärst und sagen könntest, okay, diese drei, oder müssen nicht drei sein, aber welche Sachen würdest du dir von der Industrie wünschen, was sie noch bei der Kamera verbessern soll? Also da fällt mir mittlerweile kaum was ein. Sagen wir mal so, man kann an allen Sachen natürlich noch schrauben. Also es wird ja gemacht. Also Auflösung brauche ich keine mehr. Also die 45, die reichen mir. Dynamik wächst so oder so, ob ich es mir wünsche oder nicht. Was sein könnte, wäre, wenn die die Haptik vielleicht mal noch verbessern würden. Ich mag zum Beispiel diese Art von Klappdisplay nicht so besonders. Also es ist zum Filmen ganz cool. Was ich aber schöner finde, wäre, wenn sie das machen würden, wie Fuji das damals gemacht hat. Da konnte man im Hochkantformat das Display so hochklappen. Das war richtig genial. Das blieb immer in der optischen Achse und du konntest es in quer so hochklappen. Also das war genial. Sony macht das mittlerweile bei den ganz neuen großen Kameras mittlerweile so, dass du es so ausklappen kannst. Du kannst es aber auch so klappen. Also da sind sie auf dem richtigen Weg. Also ansonsten bin ich eigentlich fast wunschlos glücklich. Aber wenn wir nochmal zurück zum Anfang gehen, auf jeden Fall für die Filtergeschichte, dann eben halt vorne bei dem Objektiv. Ja, sag mal so, das könnte beim nächsten Objektiv natürlich wieder anders sein. Aber das sind Kleinigkeiten. Gut, man könnte das, was mit meinen Ringen, die ich im Bild hatte, man könnte das verhindern. Man denkt nur nie dran, dass man doch nochmal eine zweite Belichtung macht und einmal mit der Hand kurz einmal die Sonne weghält, dass es keine Flares gibt oder Ringe oder so. Und da muss ich natürlich nur noch in Photoshop einmal kurz eine Ebenenmaske das rüberpinseln. Das vergesse ich aber meistens. Und dann kommt natürlich die harte Arbeit danach. Die Frage jetzt hier, die hattest du eigentlich schon beantwortet, weil welche Tipps würdest du geben, wenn jetzt jemand mit Filtern anfängt? Du hattest ja schon gesagt, bei dir auf der Webseite gibst du einmal ein paar grundlegende Tipps, wenn man gerade anfängt, welche Filter man einsetzen würde. Ansonsten meinen YouTube-Kanal einfach folgen und viele sagen, obwohl ich nicht explizit erkläre oder so, ich sag mal so, manchmal erzähle ich schon mal was. Es gibt auf meinem Kanal auch die Videos, wie man Filterstärken, Belichtungszeiten berechnet oder so. Da bist du ein bisschen älter oder so. Aber viele lernen nur durch das Zugucken, dass, ah, wieso macht er das? Oder so. Ich erkläre häufig gar nichts, aber das reicht denen. Ja. Auf der Webseite, hatte ich ja auch schon mehrfach jetzt erwähnt, Ausrüstung haben wir da. Und du hast Kameras, du hast für die Videografie was, du hast die Rucksäcke und so weiter. Gibt es kleidungstechnisch noch irgendwie was, was du empfehlen würdest? Ja. Also jetzt gerade für Winter habe ich, also da ist es jetzt mal besonders, mal nicht besonders. Also jetzt gucken wir mal auf mein letztes Video in St. Peter-Ording. Da habe ich ganz normale Winterstiefel von Jack Wolfskin an. Also absolut nichts Besonderes. Und die halten wirklich gut warm. Also selbst, dass ich da zwei oder sogar fast drei Stunden auf dem Schnee rumgelaufen bin, habe ich keine kalten Füße gehabt. Ich hatte auch keine dicken Socken an. Die Hose allerdings, das ist schon was Besonderes. Und das nennt sich, warte mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, von Fjellreven, die Barenz Pro Winter. Das ist eine gefütterte Hose und darunter noch Skiunterwäsche und das hält richtig warm. Also am besten dann noch, wenn du jetzt, sieht ein bisschen kacke aus, wenn du jetzt die lange Unterhose in die Socken reinstopfst oder so, dann kommt auch nirgends so was unten durch. Ja, ansonsten meine Jacke, das ist eine normale von Wellenstein. Also die ist ein bisschen schwer, also, aber ansonsten reicht. Also mal so, wenn jetzt noch einer wirklich dicke Stiefel haben möchte, so also für Polar-Expo-Peditionen, da habe ich mir mal, die habe ich allerdings, die habe ich zwar schon mal einmal angehabt, aber noch nie wirklich gebraucht. Das ist von der Firma Karmic. Die nennen sich Karmic Kodi. Die sollen bis zu minus 70 Grad abkönnen, aber würde ich gerne mal ausprobieren, aber noch nicht geschafft. Seit Jahren wird es ja nicht mehr kalt hier. Wir hatten, glaube ich, ich weiß das gar nicht mehr, lass das mal so drei, vier, fünf Jahre her sein, da weiß ich noch, da waren wir in Travelmünde am Hundestrand und da war das bestialisch kalt. Das muss minus zwölf oder noch kälter gewesen sein. Da habe ich mein iPhone rausgeholt und das ist sofort ausgegangen. Erkennt Kälte, geht sofort aus, kriegst du nicht mehr an. Und da wäre noch eine Powerbank zu empfehlen. Aber da hätte ich die Stiefel gerne gehabt, aber da habe ich sie noch nicht gehabt. Okay. Und Handschuhe. Ja, Handschuhe von der Firma Heat Company habe ich immer. Also das sind relativ dünne Handschuhe. Die können auch nicht die Finger umklappen, braucht man eigentlich nicht. Also die sind relativ dünn und wenn es ein bisschen kälter wird, gibt es noch Überhandschuhe. Das sind dann so Fäustlinge und da kann man auch noch Wärmepads reinmachen oder so. Also haben die alle Finger oder manche haben ja eben halt einen Finger nur, den man eben halt bewegen kann. Nee, nee. Also die dünnen Handschuhe sind ganz normale Fingerlinge und die dicken sind halt Fäustlinge. Die kann man auch oben rüber. Und die dicken Fäustlinge kann man umklappen, falls man mal kurz raus möchte. Dann hast du so einen Schlitz, wo die Finger raus können oder so. Ja. Ja, kommen wir jetzt zu deinen Bildern. Ich glaube, du kannst uns den T da hinstellen, wenn du möchtest. Achso, dann machen wir da, du wirst ein bisschen Platz haben. Ja, genau. Ich würde ein bisschen drehen einmal, dann können wir da zusammen einmal raufgucken. Ich habe zwar die Links gehabt, aber habe gerade gesehen beim Öffnen, dass sie die doch dann eben halt... Ja? Ja, ich habe gerade was Neues dazu gemacht oder so, deswegen... Ja, da hattest du aber ja auch, das ist ja hier St. Peter-Ording. Willst du sonst selbst mal antippen, wo du jetzt ein bisschen was zu sagen möchtest, Entstehungsgeschichte zum Bild? Ja, da muss ich mal ganz kurz überdenken, aber wir können ja mal kurz gucken. Ja, es gibt viele schöne Bilder, aber ich muss erst mal... Das hattest du zum Beispiel rausgesucht. Nee, nee, das war es gar nicht. Das war es. Aber das auf jeden Fall. Ja, da bin ich mit einer Fotofreundin, mit der Silvia Grimpel, sind wir da... Haben uns so einen Tag gemacht, sind wir Schwarz-Weiß-Fotos machen. Ja, und dann wieder am Hamburger Dockland geendet und da eigentlich nur eine Langzeitbelichtung gemacht und viel Bildbearbeitung. Hier muss ich gestehen, das Bild ist ein bisschen gemogelt. Der Hintergrund hier, dass es im Nebel versinkt, das ist nicht echt. Da habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, wie man das in Lightroom machen kann. Also im Hintergrund war noch der Hafen zu erkennen. Das habe ich dann halt so ein bisschen ausgeblendet und wie man halt so ein bisschen... Gut, man kann noch ein bisschen was erkennen. Ich wollte es nicht komplett rausnehmen. Ja, das ist eigentlich nur... Ich weiß gar nicht mehr, wie lange belichtet. Lass es mal eine Minute oder vielleicht zwei, damit das Wasser wirklich schön... Ich wollte schon sagen, Betonplatte... Da noch irgendwie ein Gauschen-Weichzeichner drauf gemacht. Und dann eben der Himmel. Da siehst du schon mal, der Wind kam eigentlich aus der perfekten Richtung. Dass es genau quasi aus dem Hintergrund kommt. Das ist natürlich richtig gut. Ja, das hattest du noch auf... Das ist Lanzarote und das auch. Nee, das nächste hatte ich. Du hattest beide. Ah, okay. Das ist beides auf Lanzarote. Da bin ich eigentlich nur morgens losgefahren. Also ich fahre im Urlaub immer morgens los. Meine Frau schläft noch im Hotelzimmer und bin dann da los, hatte im Reiseführer irgendwas gefunden und eigentlich ist das Objekt der Begierde das da gewesen. Das ist eine sogenannte Lava-Bombe. Das ist wohl vom Vulkan ausgespuckt. Irgendwie so eine Kugel, die rollt dann irgendwo noch so ein bisschen und erkaltet dann da. Da durfte man da leider nicht hin. Ich habe zwar Bilder gesehen, wo Leute direkt daneben stehen, aber was bringt das, wenn du neben dem Fotomotiv stehst? Das will ich ja fotografieren. Und hier eigentlich, hier ist ein Weg gewesen, da konnte man dann schön langlaufen und hier waren auch direkt Schilder von wegen, bitte nicht verbetreten. War ja auch perfekt. Also ist auch ein schönes Bild geworden. Kurz mal, warum darf man das nicht betreten? Ich schätze mal, dass es eigentlich, also es ist nicht, ich wüsste nicht, dass das irgendwie ein Schutzpark ist oder so, Landschaftspark oder so. Stand da halt. Also ich wusste auch nicht, dass das ist, also das gehört nicht zum Thema ein Firepark, wenn ich da meine, sondern es ist ein anderer Park. Ja, da darfst du halt wohl nicht von den Wegen runtergehen. Ja, das hatte ich auf jeden Fall. Das hattest du, ja. Das ist nicht der Grand Canyon, sondern das ist auch auf Lanzarote. Und ich bin jetzt das zweite Mal auf Lanzarote gewesen und beim ersten Mal kannte ich das Ding nicht und das war damals auch scheinbar noch nicht so bekannt. Das kam erst so zwei, drei Jahre später, hat das wohl jemand entdeckt, obwohl das direkt neben der Straße ist. Also das ist auch so ein, so ein Lavafluss gewesen, so eine Spalte, da gibt es mehrere und da habe ich auch ein tolles Video drinnen gemacht und ja, hier ist ein bisschen getrickst worden, der Himmel ist ein bisschen ausgegraut, also es ist nichts weggenommen an dem Himmel, also es sind keine Berge weggenommen oder so, ich habe nur den Himmel so ein bisschen so feinartmäßig so ein bisschen verlaufen lassen, so, das ist so, ja, das ist auch ein klasse Bild, St. Peter-Ordingen hier. Eigentlich könnte ich zu vielen Bildern was erzählen, also ja, aber ich suche eigentlich mal die Bilder raus, die du mir geschickt hattest. Das auf jeden Fall war auch mit bei? Das war nicht genau das, aber das ist an derselben Stelle gekommen oder aufgenommen worden, das ist halt die alte Harburger Seebrücke und da hatte ich eigentlich eine tolle Videoidee im Schnitt, aber leider war ich einen Tag zu spät dafür und zwar, ich weiß nicht, ob du den Film Blade Runner kennst. Natürlich. und zwar am Anfang Los Angeles November 2019. Ich wollte so mein Video beginnen, aber leider habe ich das am 1. Dezember 2019 aufgenommen. Ich wollte jetzt nicht mogeln, sonst hätte ich das im Schnitt so bam. Ja, ja, also, naja, es ist, das hatte ich glaube ich auch mit drin, mit der Spiegelung. Nicht das, aber ein anderes, ich weiß, aber ist egal, aber ja, das ist ja auch hier an der Ostsee, also es ist unendlich vieles dabei. Das hattest du, das ist zum Beispiel mein Gewitterbild, ach, wir können das ja auch größer machen. Mein Gewitterbild, also wo ich, wo das Video meinen Kanal gerettet hat, also das war bei mir eigentlich in der Umgebung, also ich wohne irgendwo so zwei, drei Kilometer in der Richtung und hatte nur gesehen, es soll Gewitter geben. Ursprünglich wollte ich eigentlich an den Abend zum Sonnenuntergang fotografieren, dann kam aber nichts und dann habe ich nur gesehen, oh, das zieht eine Gewitterwolke auf. Bin dann zu diesem Feld gefahren und habe geguckt, was denn kommt und hier muss man sich hinterher vorstellen, also hier hinten irgendwo in der Senke liegt der Ratzeburger See, hier ist Rotenhusen, da hinten ist Ratzeburg und das kam dann halt aus der Richtung, das kam immer näher, immer näher und irgendwann musste ich das Video abbrechen, weil es angefangen hat zu regnen, also das war klasse, das war ein Erlebnis. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist eine sogenannte Shelf-Cloud, also nennt sich das. Sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Monster-Tornage oder sowas. Ja, also man denkt quasi wie bei Independence Day, diese Wolke, wo jetzt das UFO rauskommt. Also das ist auch ein Panorama. Ja. Sieht man sicherlich an den Spuren von den Traktoren und das war ein klasse Abend. Also, warte mal. Äh, was haben wir jetzt gemacht hier? Kaputt gemacht. Das macht nichts. Da. Was haben wir denn noch? Das ist zum Beispiel hier das Loch, dieses Spuckloch auf Gran Canaria, wo ich meinte, wo ich meinte, ich brauche andere Filter. Ach, das war auch ein Erlebnis. Das war jetzt das, wo wir jetzt mit der Gischt hochkommen? Genau. Das ist quasi so ein Loch und da gibt es irgendwie eine Verbindung. Hier hinten ist schon das offene Meer, hier hinten quasi. Ach, Mann. Das war jetzt falsch, ne? Sorry, da muss ich drücken. So. Das offene Meer ist hier und darunter ist eben ein Tunnel und jedes Mal, wenn die Wellen kommen, läuft das dann von unten hoch und wenn es dann überläuft oder so und dann wieder runter, dann hast du diesen Wasservorhang. Das sieht einfach nur klasse aus. Polarlicht. Und das ist hier in Deutschland aufgenommen. Da war ich mit einem Kumpel, dem Daniel. Wir sind losgefahren an die Flensburger Förde. Das ist an der Flensburger Förde. Hier im Hintergrund erkennt man schon Dänemark. Das ist Sonderburg, glaube ich. Ja, und dann hatten wir auch so ein Abenteuer. Wir standen da. Wir haben gehört, das war 2014. Wir wollten Polarlichter aufnehmen, haben gehört, es soll was geben und dann standen wir halt da. Wir sehen aber nichts. Wir wussten nicht, dass man die Polarlichter in Deutschland nicht so recht mit den Augen sehen kann, nur wenn es wirklich knallt. Also, ja, wollten fast aufgeben und haben irgendwann mal angefangen, macht doch einfach mal ein paar Probeaufnahmen und dann sah man auf einmal was und dann haben wir durchgerattert. Also, das war Wahnsinn. Achso, ich kann auch einfach. Ja, jetzt sind wir schon wieder ganz woanders. Ach nee, da sind wir schon richtig. So, und dann sind wir schon. Was haben wir denn noch Schönes? Das mache ich auch immer ganz gerne hier so auf dem Acker in der Erntezeit die Rundballen zu fotografieren. Das Feld ist auch bei mir ganz in der Nähe. Also, das ist fünf Minuten mit dem Auto. Mittlerweile kann ich das so nicht mehr fotografieren. Hier haben sie in den Nachbardörfern sechs riesen Windräder hingestellt. Also, die müsste ich dann raus Photoshoppen. Naja, und so weiter. Und das ist zum Beispiel inspiriert durch einen dänischen Fotografen, Mats-Peter Iversen. Auch ein bekannter YouTuber. Und der war in Dänemark auf seinem Heimatort, weiß ich jetzt gerade nicht, da gibt es eine runde Brücke, die nennt sich irgendwie Infinity Bridge. Und da hat er auch so Langzeitbelichtungen mit Leuten gemacht oder einfach die da so liefen oder er selbst und einfach so bestimmte Zeit und dann dachte ich, das fand ich interessant, das wollte ich dann auch mal machen und habe ich dann auch mal probiert. Das ist hier in, wie heißt die, in Hovacht. Da bist du dann selbst gelaufen? Das war ich selber, genau. Da war auch kein Mensch im Weg oder so. War perfekt. Ja, was haben wir hier noch? Kellenhusen. Ja, das ist St. Peter-Ording oder so. Hier mal ganz was Minimalistisches. Da bin ich mal in den Osten gefahren. Ich habe da so im Winter gesucht nach Bäumen, so einzelne Bäume. Und das ist ganz schwer zu finden. Und da lächelt er mich an. War perfekt. Oder was haben wir hier? Das ist an der Algarve. Oh, liebe ich diese Stelle. Ja, dann haben wir jetzt bald meine ganze Galerie durch. Das hattest du, ne? Ja. Das ist am Gardasee. Oh, das war auch klasse. Also, ich weiß gar nicht mehr. Ich muss mal überlegen, war das morgens oder abends? Einmal nur auch für mich die Frage, wie kommen die Leute da hin? Kommen die wirklich nur über den Weg hier hin? Ja, also hier hinter ist offener See. Also da hier ist so ein Steg. Also du kommst an diese Stelle von da vorne, ne? Parken tut man irgendwo hier hinten. Dann läuft man so einen Weg runter. Hier durch so eine, das ist glaube ich so ein bisschen Hotel- und Restaurantanlage. Und da hinten ist in der Mitte so ein kleiner Durchgang. Dann läufst du hier durch und dann hier lang und dann stellt sich da hin. Ah, okay. Man kommt hier hinten im Auto hin. Das ist jetzt nicht in einem See gelegen, dass man nur noch hier mit dem Boot sein Leben lang kommt. Nee, nee. Das ist am Gardasee. Das ist direkt am Ufer, ne? Also, das ist eine richtig tolle Location. Gardasee an sich fand ich gar nicht so spannend irgendwie. Meine Frau wollte da hin. Also deswegen, da war ich dankbar für das Motiv. Also ansonsten ist das eine Ecke, wo ich nicht unbedingt nochmal fotografisch hin müsste. Aber das war klasse. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja. Das ist ja auch das Klassische hier mit dem Teehaus. Das Teehaus. Ja. Hier hätte ich jetzt getippt, weil ich ein Video bei dir gesehen habe, wo du gesagt hast, dir war der Stein zu präsent. Da war der große Stein dir nicht zu präsent. Ja, vielleicht ist das vor dem Video gewesen. Vielleicht war es mir damals noch nicht so. Also, ich kann schon sein, ja. Ja, speichern. Ach, da habe ich das nochmal. Genau, das ist nicht ganz so brillant. Das glaube ich hatte ich auch. Das ist der ganz bekannte Leuchtturm Ober-Ewa-Sand. Das ist auch ein Klasse. Also, da bin ich mehrmals hingefahren, nur um zu gucken und nur um die perfekte Witterung hinzubekommen. Also, einmal bin ich hingefahren, um zu checken, wann läuft das Wasser ab, weil das Wasser läuft natürlich hoch und dann musst du gucken, mit welchem Wasserstand läuft das allmählich ab und lässt diese Grasnarben da. Und möglichst frisch sollte das sein, damit da nicht so viele Leute durchlaufen. Also, nicht nach drei Stunden oder so soll der Sonnenuntergang sein, sondern Wasser läuft ab und Sonnenuntergang muss kommen. Und da habe ich dann, erst mal bin ich hingefahren, habe nur geguckt, wann läuft das denn, wann steht da Wasserstand. Dann weiß ich, ja, Wasserstand muss so und so hoch sein. Habe mir eine Excel-Tabelle gemacht mit Sonnenuntergang und Wasserhöhen. Dann hatte ich also mal so eine Handvoll Termine, die passen und bin hingefahren und dann einmal, ja, bin ich dann wieder umgekehrt, weil das Wetter umgeschwungen ist. Beim zweiten Mal hat es dann gepasst und dann, Bums. Also, das Bild ist Arbeit gewesen. Ja, hier haben wir das Docklet nochmal. Hier ist auch mit den, ja, ja. Ja, da waren wir, glaube ich, schon bald durch mit, das ist hier bei mir am Ratzeburger See. Ein sehr bekanntes Motiv in, ach, wie heißt denn der Ort? Weiß ich jetzt nicht mehr. Egal. Bin schon lange nicht mehr da gewesen. Der Steg so ist immer mittlerweile auch ein bisschen neu gemacht worden. Alles, also eigentlich fand ich es schöner, als es damals so ein bisschen rottig war. So, also, wir sind einfach noch nicht durch. Nochmal so ein Gewitter. Hier ist aber was ganz Interessantes, aber ich glaube, das können wir nicht, können wir reinzoomen? Nee, das geht leider nicht. Das geht bei meiner Galerie nicht. Und zwar bei uns in, in meiner Gegend sind vor, ich glaube, im Jahr 2000 sind Vögel ausgebrochen, Nandus, das sind Lauffögel. Die sehen aus wie ein Strauß, sind ein bisschen kleiner. Und da läuft einer rum. Und im Video läuft er auch durch und dann drehe ich so dermaßen durch, aber das ist echt eine witzige Sache gewesen. Du drehst im positiven Sinne durch? Im positiven, ja. Nicht, dass der mir das Bild versaut hat, sondern ich sagte, ey, ich filme hier gerade, mach dir so ein geiles, mach tolle Bilder und Video. Und dann läuft mir doch der Nando durchs Bild. Er war nur so am Rand, aber das war ein Highlight. Also das war klasse. Ja. Berlin. Ja. Nimmt kein Ende, ne? So. Warte mal, das hier war bestimmt, nee, ich dachte, das wäre jetzt auch von einem Video, wo du eventuell hier gestanden hast. Doch, war doch da. Das ist in Wilhelmshaven gewesen. Das ist eine alte Mole in Wilhelmshaven. Da habe ich auch ein Video gemacht und das war auch, also ich habe gemerkt, dass so diese Feinart-Videos ist, wenn ich die mache. Die kommen immer ganz gut an. Also eigentlich sollte ich öfters auch Feinart machen, um meinen Kanal zu retten. Sag mal was zur Feinart. Was versteht man unter Feinart? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Das sagen viele immer. So Feinart ist wohl eben so, ja, das sieht, man sieht sofort, man sieht sofort die Kunst da drin quasi. Also das ist nicht einfach nur so hingeknipst oder so. Sag mal, hier erstmal eine schöne Langzeitbelichtung. Im Hintergrund ist kaum was zu erkennen, denn schöne Färbung, also so metallisch oder schwarz-weiß zum Beispiel. Ich denke mal, das könnte ich jetzt mit Feinart in Verbindung setzen. Also ich selbst, mir selbst hat das nie einer erzählt. Aber bis jetzt hat auch noch keiner gesagt, nee, das ist keine Feinart. Also muss es stimmen. Also wenn du gerade sagtest, dass es inszeniert und Mühe und dann ist ja alles in dem Sinne Feinart, weil du knallst ja nichts irgendwie so hin. Nee, gut, das ist richtig, ne? Aber vielleicht wegen schwarz-weiß. Ja, zum Beispiel. Ach, das ist nochmal so ein Ding hier. Ja, das ist zum Beispiel nochmal der Baum, den ich da vorhin hatte. Nochmal einmal in Querformat. Das finde ich auch ganz cool. Also ich weiß nicht, ob man das auf dem Video überhaupt sehen kann. Also hier ist die Schneekante und dahinter ist, das ist der Himmel und man sieht, wie lost das Motiv eigentlich da im Schnee ist. Ja, stimmt. Es luckt da so ein bisschen rüber. Ja, einen Tag später wäre das nicht mehr möglich gewesen. Dann fing das an zu taunen. Also das war auch krass. Ja, das hattest du mir geschenkt. Da zum Beispiel. Das könnte man auch cool drehen. Ja, also jetzt mittlerweile würde ich sagen, das ist ein bisschen quietschebunt. Aber das war cool. Das war wirklich ein Sonnenuntergang und absolut windstill. Und das habe ich auch nicht so häufig, dass sich hier vorne mal so ein Wasserbecken quasi bildet. Und das war so ruhig. Ja, das sieht man. Ja, und ja, letzte Chance eigentlich. Ich glaube, nächstes Jahr wird dieses Gebäude ja abgerissen. Das wird eine neue, das ist ja die Strandbar 54 Grad in St. Peter-Ording. Die wird jetzt abgerissen, weil sie, sie steht im Wasser, was eigentlich auch immer gewollt ist. Aber dieser, dieser Steg hier, der wird von Jahr zu Jahr, wird der immer länger gebaut. Früher war die Treppe immer hier vorne, meinetwegen. Und jedes Jahr merken sie, oh, die Leute kommen trocken, Fuß ist gar nicht mehr ran an die Bar, müssen das immer länger machen. Mittlerweile ist die Seebrücke, also dieser Steg ist bestimmt 150 Meter lang oder so. Und jetzt haben sie halt einen Entschluss gefasst, der ist schon länger der Entschluss, dass sie eine neue bauen. Die haben sie jetzt um so 250 Meter zurückversetzt. Die wird jetzt gerade gebaut. Und ich denke mal, die letzte Saison wird wohl gelaufen sein. Oder ansonsten, ich weiß es nicht, wenn die neue Bar noch nicht fertig ist, wird vielleicht noch mal ein bisschen was gemacht und dann rübergesetzt irgendwann, keine Ahnung, und dann wird das Ding abgebaut. Ist eigentlich schade, ist ein schönes Motiv. Aber ich habe es schon sehr häufig. Ja, willst du noch weitergehen? Das ist dieselbe Strandbar hier, also von einem Podest, hier vorne ist noch so ein Podest, wo so ein Eisbar, so ein Kiosk drauf ist. Und da kann man natürlich auch toll draufstehen und die Wellen einfach nur Wellen sein lassen. Und da sind wir auch am Ende. Hier haben wir zum Beispiel auch noch mal das Tierhaus. Da sieht das auch natürlich nicht schlecht aus. Ein bisschen weiter von oben, schön diese Steine, die so ein bisschen, die führen leider nicht ins Bild. Eigentlich hätte es anders sein müssen, aber passt trotzdem. Und da sind die Steine auch nicht so dominant. Hier hätte ich wahrscheinlich anders geschnitten, weil ich wüsste jetzt vom Fokus ja nicht, wo ich meinen Fokus drauflegen sollte. Ja, das ist klar. Das ist natürlich, man kann nicht immer jedes Bild immer nach allen Regeln machen. Das funktioniert einfach nicht. Das sind einige Sachen gar nicht machbar. Ja, siehste, wir haben hier, wenn ich richtig auf der Uhr gucke, mit kleinen Pausen, eine Stunde schon wieder zusammengesessen. Gibt es noch irgendwie abschließende Worte? Hatte ich ja offengelassen, habe ich dir ja nichts zugeschrieben, die du noch vielleicht der Community oder den Zuhörern, Zusehern mitteilen möchtest? Eigentlich nicht. Also ich danke mich erstmal für, dass ich hier sein durfte natürlich. Und ich danke natürlich allen meinen Followern, die mir immer so treu bleiben und so nach und nach wachsen. Also das macht Spaß. Also ja, das könnte ich nur sagen. Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja, wir haben auch genug gequatscht. Also alles gut. Ja, Dennis, dann danke ich dir fürs Kommen, für deine Zeit und ja, vielen Dank. Bitte. Ciao. 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 Ciao.